ich kann nicht weiter ich kann auch nicht wechseln gerade ja ja so ein bisschen wie komme ich darüber was ist das hier schönes okay das können wir noch nicht davon machen doch keine bewegung bringt sie fort schlagen vor mit notstandsmaßnahmen bevollmächtigen den obersten kanzler als erste maßnahme mit diesen sondervollmachten ich werde ich eine große armee der republik ins leben um die zunehmende bedrohung durch die separatisten abzuwehren ich versuche mit allen verfügbaren jedi obi-wan auf pianoses zu helfen besuchen ich werde die klone auf kamino ok aber wir haben jetzt nicht die leiste voll gekriegt leider nicht aber wieder 60 fps aber wieder 60 fps das ist ein bisschen wichtiger das war echt schlimm ja ja gut das ist ein schiff achso das ist ein charakter wir sollten doch mal auf dem schiff möglicherweise in ernsten schiff ja gut hier gibt es keine leiste Schade. Ne, ist wahrscheinlich das offene Spiel bis zum nächsten... Genau. Bis zum nächsten... Bis zum nächsten Story, wa? Genau. Na gut. Dann weiter. Ja, ähm, gibst du denn irgendwo was, wo wir... Achso, wir müssen ein Taxi fahren, erstmal gleich. Kann man hier nicht... Achso, ich habe noch rein, oder? Können wir mit unseren Charakteren, die wir haben, irgendwas anderes erreichen mittlerweile? Dass wir vielleicht den einen oder anderen Stein noch kriegen? Hm... Oh, jedes Mal. Dass du immer auf diesen scheiß Knopf kommst. Ja, Fettfinger. Was soll ich sagen? Wir sind gerade... Oh, nice. Ich kann sogar ihn hier spielen. Aber gut, das sollte anders können, als eine andere Idee. Guck, schön. Ach, nee, warte mal. Das war ja eine andere Tast. Das war eine D-Tast. Wir haben hier 0%. Ja, gut, okay. Okay. Aber ich habe mir doch... Ja, hätte man doch alles mitgemacht, oder nicht? Wir haben hier einiges auf jeden Fall schon gemacht, ja. Das ist ja diese offene... Genau, wir haben hier diese Laternen, oder was das war, mitgemacht. Ja. Das ist nicht anzeigt. Hm. Merkwürdig. Guck, wie er springt. Oh. Bist du in das Bezirk? Gibt es noch einiges, aber ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Das ist auch ein ziemlich kleiner, offener... offene Spielwelt hier, oder? Das hier, ja. Hm. Sollen wir das mal weiter machen, und dann mal gucken, oder? Wir machen die Story einfach weiter. Und hier rein? Nee, hier ist auch dicht. Na gut. Oh, hier sind noch ein paar. Die nehmen wir noch mit. Wenn Sie hier rumliegen, bitteschön. Weil wir müssen nach Geh und Not. Ja, so warten Sie. Ich komme, ich eile. Wir gehen in den Weltraum. Oh, ich freue mich. Na, na, bitte. Das ist nicht mein Schiff, was ich ausgewählt habe. Ach, was er ausgewählt hat. Ja, wurde beschlagnahmt. Toll. Du hast hier rum nicht gezahlt. Nee. Toll. Nee. Ich fliege da einfach hin. Ja. Oh, ich fliege da vielleicht nicht hin. Weiß. Aber ich kann wieder schießen, von daher... Ja. Baumschlag. Da kann man dann mal... Oh, mal heiße, mal heiße. Nein, Gott, das gleich machen, ja. Das Ding passiert nicht automatisch an. Nein, das ist nicht so schlecht. Doch, das passiert automatisch an. Das ist der nächste Gerissen. Und der nächste. Das ist der nächste. Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! X bei mir. Ja genau, meine ich das. Nur noch zwei. Nur noch einer. Oh, dann sehe ich einen Stein, den wir beschießen müssten. Wo fährt denn der gewesen? Jawoll. Hast du den? Die Rattisten haben gewonnen, ja. Neues. 15.000 Punkte gab es das? Oh, nett. Oder gibt es ja noch mehr? Ja. Ab in die Nichts. Hier, da und da ist er. Da will ich hin. Ach so, was? Wo? Wo ist er denn? Folge meinem schönen Schweif. Ich sehe deinen Scheiß nicht. Ach da. Oh Gott, zwei Kilometer und wer? Ach so, na klar. Ah, da war er sogar drin. Nice. Ja, wir haben um noch zwei Raumschlachten. Ja, sollen wir die machen oder was? Ja, ich bitte darum. Ja, los. Wo gehst du hin? Wo fliehst du zuerst rein? In den oberen, würde ich sagen, oder? Ja. Weißt du, und da will ich so ein Poverfits-Schiff haben. Ja. Das heißt, mit der Bombe rein, fertig. Das stimmt. Ohne Standzerstörung. Würde ich auch nichts sagen. Irgendwann. Mir reicht auch der Millennium Falter, aber... Na gut. Ich sehe jetzt nicht hier... Ein Spender. Millennium Falter wäre super. Ja. Ja. Was hast du denn noch so? Äh, X-Fighter. Äh, Teilfighter. Ja, der Teilfighter ist auch nice. Ja, das heißt die, äh... Teilhabe hier. Ist das schön wendig? Wendig und beschmeidig. Wo ist denn der... Ach da. Nicht wo du bist. Irgendwann habe ich aufgenommen. Ich weiß nicht genau, was das war. Das war so eine Rackage. Ach so. Aber das ist dann geschafft jetzt oder was? Ja, wir können... Das habe ich gar nicht so... wahrgenommen. Das ging ja schnell. Es waren ja keine Gegner da. Ah, jetzt ist es geschafft. Okay, da war noch einer. Der hat 5.000. Wie er schon kämpft. Ja, ich dachte, ich roll mal so ein bisschen auf. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay, du hast... Wir haben Gesellschaft. Ja. Vorderreiten zum Angriff. Oh. Jawoll, auch weg. Ach so. Nice. Ähm. Ach so? Wie? Ähm. Ach, das ist ein... Hä? Okay. Oh, es gab ein Schiff. Ähm. Oh, gibt's das Schiff dann zum Freischalten? Das wäre natürlich krass. Weil Großkampfschiffe Karbon steht hier. Und das ist hier. Das zeigt jetzt hier an. Ja, ich will das haben. Ja, lass uns kapern. Ja, hinter. Karbon mag ich übrigens nicht. Ja, ich auch nicht. Ich kann gar nicht hin. Ich kann nichts mehr verkaufen. Was ist das denn da hinten? Oh, fuck. Ah, das ist ein Ziel. Okay. Oh. Was hieß das von mir? Äh, ja, warte. Ich muss mal gucken, wo du bist. Ja, bei Grün. 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 Da. Grün. Oh, ich muss kurz einmal... Somersault. So. Ich hab Glück seht ihr, oder was? Ich komme. Ja, bitte. Ich bin gleich da. Oh, ich greife ihn nicht an. Nee. Wieso denn nicht? Ja, nur guck. Nein, tu das nicht. Na, du guck. Ich guck. Lass uns die Scheiße in die Luft jagen. Ja, wie du es kapern. Und dann das Kampfschiff jagen. Sonst noch weiße Bündchen. Ja, so easy. Ja, trotzdem. Abwehrsysteme. Ja, ja, die mache ich gerade die ganze Zeit. Große Schiff. Ach hier. Oh Gott. Ja. Das sind viele... Wo kann ich hier rein? Nee, kann ich anscheinend nicht. Okay, gut. Okay, die hast du, die Abwehrsysteme? Okay. Wie kann ich denn... Erstmal die Abwehrsysteme. Ja, aber die habe ich doch jetzt alle... schon kaputt gemacht. Weiß ich nicht. Komm mal da rein? Ah, nee, da sind noch welche dran. Andere Seite noch. Ah, au. Na klar. Ach hier. Hm. Jawoll. Nice. Kampffschiff der Föderation. Kann übernommen werden? Ja, landen wir bitte. Aha. Steht auf. Schon brennt. Das scheint aber jetzt eine Nebenmission zu sein, oder? Ja, so neben dem, ja. Ah, so. Ah, so. Okay, jetzt können wir mich nach unten. Okay. 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 Achso, und die können wir wieder aufbauen, dann geben wir da wieder Teil dafür, ja, ja, schon klar. Ja, ja. Das mache ich, glaube ich, mal eben. Das ist ja, kann man gut umsonsten mit dem Metall da, passt schon, wieder eben.